Nun, weiter geht's. Jetzt, wo wir Jericho geschnappt haben... Meine Mutter niest laut. Das habe ich nämlich gehört. Ist er tot? Äh, what? Wo bin ich? Wir haben dich gefesselt. Ach ja, wusstest du, dass du einen Schlitz hast? Auf der Stirn. Äh, ja, weil du mich angerimpelt hast. Ich wollte dich nur ein bisschen ausfragen und dich daten. Du wirst nämlich cool. Obwohl du keinen Anzug an hast. Äh, lass mich los, du schwule Sau. Ach, das war nur ein Scherz. Komm jetzt mit. Tja, Jericho kommt nicht drum rum, dass er cool ist. Nü? Die Brasilianen. Versuch da rauszukommen. Äh, wo rauskommen? Hä? What are you talking about? Aha. Jedenfalls, ich habe ein Ziel. Kein Zeitlimit? Das ist aber... Und lass mich raten, Wagen kann ich nicht wechseln. Weil Jericho da drin sitzt. Richtig? Ich habe recht. Richtig? Ja, ich habe recht. Moment. Ei, 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 ei. So. Und hierhin fahren. So, da, 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 da. Boom, ja klar. Sind mir wieder ein paar Typis auf den Fersen. Keine Polizisten, dafür Gangster. Aus dem Staub machen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich sage nur eins. Jericho, bitte nicht nuscheln während der Fahrt. Abschütteln. Abschütteln. So. Äh! Dafür muss man mich erstmal durchlassen, ihr Schlaumeier! Hä? Okay. Boom, 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 boom. Also, uah! Naja, dafür gibt es kein Zeitlimit. Das ist doch auch mal was Gutes. Aber diese Patrouille ist nicht so toll. Hm. Ich glaube, ich nehme die Autobahn. Au! Der hat mich nicht gesehen! Squawbill! Na, ich habe kein Zeitlimit. Ich darf... What? Was bist du denn für ein Furz? Ah! Spaz! Typisch, meine Mutter. Nicht anklopfen! Und immer dann, wenn ich in der Aufnahme bin. Aber du kommst von der Seite! Haha! Du erwischst mich nicht! Ich bin viel zu gut dafür! Haha! Aus dem Staub machen! Was glaubst du, was ich mache, Jericho? Willst du jetzt genauso ein Penner wie Jones werden? Dann lass das lieber. Mach dir Jones nicht zum Vorbild. Er ist nämlich ein blöder... Abschütteln! Halt die Schnauze! Ich bin hier vorne, nicht du. Was glaubst du, was möchte ich machen? Ja genau, wir fahren auf der... ganz linken Seite. Und wechseln sie! Haha! So! Dann kann's ja weitergehen! Schön und gemütlich! Wir machen eine kleine Spritztour mit dem lieben Jericho! Wie wird er mich da bitte gesehen? It doesn't make sense! It doesn't make sense! If you don't understand this, then you... Mäh! Er ist weg! Haha! Alter, er ist weg! Abba! Fuck you, hell! Ey, alter! Oh boy! Oh boy! Abschütteln! Was machen wir hier bitte schön, hm? Okay, die sind gegen irgendjemanden geknallt. Das hab ich gehört. Ist er gerade jetzt... Oh, geil! Äh, what? Wo kam der denn jetzt her? Das ist ja jetzt beschiss gewesen! So! Keiner verfolgt mich mehr. Alles scheint gut zu laufen. Wo ist denn unser... Ziel? Wo ist denn unser... Ziel? Öffne das Schloss und fahr Jericho rein. Zuerst muss ich... Du wartest hier! Keine Bewegung, alter! So, Garagentür aufmachen. Ich mach Garagentür auf und laufe Slalom. Reinfahren. Schließt das Tor. Aufmachen, schließen, aufmachen, schließen. Gott, ey. Schon aufgefallen, dass die Trucks in Flammen stehen? Warum macht ihr nichts dagegen? Gut gemacht. Ich weiß, ich bin gut. Hat nur zwei Versuche gebraucht. Nicht schlecht. Kurze Pause und dann geht's weiter. See you guys.